Hallo, mein Name ist Alexis Teitler, ich studiere im dritten Jahr Humanmedizin und kandidiere dieses Jahr für die Studienvertretung. Als einer der sogenannten Covid-Jahrgänge musste ich zu Beginn meiner Bildung in Wien Laufbahn die Erfahrung eines Studiums machen, das tatsächlich mehr ein Fernstudium als tatsächlich im Präsenzunterricht geändert hat. Mittlerweile hat zwar großteils wieder die alte Normalität Einzug in unseren Studienalltag gefunden, jedoch gibt es noch einige Aspekte, die sicherlich noch ausgearbeitet gehören. Dazu gehört auch das Thema der hybriden Lehre. Hier ist es mir, neben anderen Zielen auch, ein ganz besonderes Anliegen, Distanz- und Präsenzlehre gleichermaßen in unserer Universität zu etablieren. Stichwort aufgezeichnete Vorlesungen. Hier bin ich auch seit nunmehr einem knappen Jahr Mitglied in verschiedenen Kommissionen und Planungsteams, die dieses univeiten und durchaus sehr ambitionierte Projekt umsetzen wollen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit eurer Stimme bei diesem Vorhaben unterstützen könnt. Bitte wählt sie auch meine Kolleginnen und Kollegen, Norm Hartmann, Janik Suhr, Jakob Hütter, Marius Polay und Nicole Brunner und ebenso meine Fraktion, die Wiener unabhängigen Medizinstudierenden, kurz WUM. Vielen Dank.